servus da sind wir wieder und ich hab keine lust so wir wissen ja schon wir müssen unseren kleinen spaz die holen ja 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 ach so jetzt habe ich verstanden dreh schnell gegen uhrzeiger sind um um die laptop b in platz a zu stecken okay cold so cold danger abortion access slit stress level critical abortion access slit dilated initiate control chip removal ja fakult ach man ich habe gerade echt gedacht das geht doch schneller ja wer ist der kamei my lord snook abortion sequence initiated begin electrolytic infusion cold so cold danger abortion access slit stress level abortion access slit dilated initiate control chip chip wrong chip wrong chip ow not that i needed that und ihr könnt euch ja noch erinnern wie es bei der letzten abtreibung war dies hat ein bisschen gedauert initiate control chip removal wrong chip wrong chip ow not that i needed that ach komm schon ja Elektrolytik Elektrolytik Stress level, abortion access, slit dilated, initiate control chip removal Wrong chip, wrong chip, ow Not that, I needed that Und bitte, was war das jetzt? Wir haben doch gar nichts gemacht, manno Was, jetzt pro forma, so Schaffst du eh nicht, also machen wir's gleich kaputt, oder was? Ja Ja Das war jetzt auch beabsichtigt Das war jetzt auch Not that, I needed that Und dann Das war jetzt Okay Macht ab Also ich denk mir grad Fuck You Wenn das so weitergeht, darf ich cutten. Ich will es natürlich nicht cutten, weil... Hier haben sich andere hier aber angestellt. Wrong chip, wrong chip, ow. Not that, I needed that. Wrong chip, wrong chip, self-destruction sequence aborted. Hä? Hä? Jetzt auf einmal? Was ist das, Herr Slave? Was fühltest du? Jesus, Jesus Christ! Was ist das, Herr Slave? Was ist das, Herr Slave? Aber wir brauchen immer wieder Ihre Services. Wir werden es wiederholen. Great job. Du hast gerade den Snook. South Park ist sauviert. Ja. Und jetzt enden wir das, Herr Slave. Wir brauchen das, Herr Slave. Wir brauchen das, Herr Slave. Wir brauchen das, Herr Slave. Weizen zu tragen. Die tragen wir einfach... Punkt. Iche mal egal, die tragen wir jetzt. Wahrscheinlich war's auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass im Hintergrund hört ihr gerade nicht, weil irgendwelche Mistkämpfe tun hier schon wieder BOMM. Ne, wir nehmen mal echt ein bisschen Rüstung, also das ist glaube ein bisschen wichtig. So. Medin? Wollen wir mal weiter machen? Oh Gott. Aber meine Lieben, wir haben ja gesagt und sollte... Ja, 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 ja. Wir haben gar keinen, das ist auch möglich. Okay, wir haben halt niemanden für einen finalen Kampf. Doch, wir haben jetzt... Okay, wir hatten doch, aber wir wollen trotzdem keilen, wie ich es ja vorhin gesagt habe. So. Jetzt wollen wir es kaputt machen hier in dem Kapuf. Und es geht los. Oh, du glaubst, du könntest die Fortress of Darkness conquer. Clyde, weg weg von dem Stuf. Oh, aber ich habe noch zu complete mein Arm. Du hast du gesehen, die Power of Darkness. Stuf! Clyde! Du hast keine Ahnung, was das Stuf ist. Ja, das ist Green Sauce von Taco Bell. Ich habe es aus der Konstruktion Site. Das ist nicht Taco Bell Sauce. Dann warum ich es bei Taco Bellen finde? Es lebt aus dem UFO, Clyde. Es ist Toxic Goo von einer anderen Galaxie. Think über es. Since wenn das Taco Bellen hat eine Green Sauce, du? Actually, since about a year ago. What? Taco Bell has green sauce now. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm staying in the packets. They just started putting green sauce in packets. Fuck, how the fuck did I miss it? Ha-ha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, dick fuck. Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Ha-ha! I've got another surprise for you. Oh my f- I'm gonna make love to you, woman! Ha-ha! F- Get him, Commander, douchebag! Fuck! Nein! Wir müssen jetzt einen rechten Chefkoch! Yeah! Widerlich! Wir sind angewidert, das müssen wir defensiv beheben, sonst haben wir echt ein Problem noch. Ah, Chefkoch hat ganz schön Power. Wir versuchen erst mal, ob eine Blutung überhaupt funktioniert bei dem. Ja! Na? Hey! What the hell are you doing? Nee, funktioniert auf jeden Fall nicht. Das ist... Scheiße! Gut! Schönen Tag! Schönen Tag! Ja! Oh, bitte! Ich hoffe, ich krieg's jetzt richtig hin. Nein! Nein! Hat trotzdem gut Schaden gemacht. Weil ich aber einfach mal sagen muss, dass diese Pfeile wahrscheinlich sehr stark sind. Ich möchte einfach sehen, wie sie richtig aussehen. Aber jetzt kommt der Pfle. Und jetzt kommt der Pfle. Jetzt kommt der Pfle. Jetzt kommt der Pfle. Jetzt kommt der Pfle. Das ist ein feines Heißes. Aber er kann brennen. Das ist schonmal was. So. Nee, er tut sich nicht... Na, ja. Klappe zu, du heilst dich erst mal Und verhagel Jetzt hab ich's NEIN Ich hab schon wieder verkackt Das kommt schon So, jetzt machen wir's So, Angriff erhöht Sehr gut Und auf ein neues Geht doch Das war auf jeden Fall stärker So, jetzt tun wir uns mal gegenseitig ein bisschen Was auffüllen Was ist denn noch der Mannes? Was ist der Mannes? Wie kommt der Mannes? Was ist das denn noch? Komm schon! Was ist das für mich? Was ist denn noch ein Alison? Wir sind jetzt nicht Wir sind nicht Wir sind nicht Nee, äh, Atem des Drachen ist besser, damit wir die Rüstung schmelzen können. Und nun banden wir es. Mit einem Feierhagel. Waffe T стрöhnen. Anfeuer. Waffe! Waffe! Hey, ich habe dich aller Verletzungen des Todes. Du musst zu onbeieren. Bist zu mir, ich werde. Bist zu mir. Ha, ha, ha! Schwer zurück. Babi, ich bin zurück. Hlang zu können. Bist zu! Ah ha, bist zu! Bist zu! Das alles. Oh Your eons of torment are at an end ruler of darkness Okay, you know I'm not playing anymore you have broken the rules of the stick and for that I banish thee I banish thee from space We did it dude that was awesome you did it your noble quest is at an end and for all your deeds and all your time put into this I hereby promote you to king douchebag congratulations That's just a kind of mama with us Quickly now let's get the stick back to safety before anyone can do Go 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 We've got him we've got the dragonborn Dragonborn what the what? So it really is the dragonborn Just can't stop being a thorn in our side huh? He has to stick a truth. How does this guy know you king douchebag? King douchebag is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name? Dovahkiin You don't remember do you? How we tried to find you? Look that stick belongs with the fighters of Zaron give it back Fighters of Zaron? Boys what's going on here is much more complex than that This isn't the first time a UFO has crashed to earth You see in 1947 a UFO crashed in Roswell New Mexico Oh God Oh brother spare us Hang on a sec A UFO crashed in Roswell and a new government agency was created to investigate the paranormal Our agency Can we skip this like hit the skip button or something? Oh you don't want to skip this Yes we do Whenever aliens are spotted vampires run amok our agency is there and we have never lost a fight That is until four years ago when we investigated a child Yon 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 A child who had an unnatural power inside him I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could But he slipped through our hands The government wants the new kid for his farts? That's dumb His farts? No! His amazing ability to make friends so quickly on any social network Before he was five years old he had 3.2 billion friends on Facebook alone Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us Dovahkiin Time to stop resisting and use your gift for your country Is he really still talking? Are we so different you and I Dovahkiin? Ugh You have to do what the government tells you to do just like me We're all just pawns in their game I'll admit you are fascinating You have more power than any child I've ever come across and yet all you seem to really care about Is this It must be very important What does it do? Whoever controls the state controls the universe dumbass Yeah stupid Controls the but then I wouldn't have to do what I was told anymore I could Ha 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 I control the universe Get back Back I say all of you I can do anything Anything I want Ha 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 I no longer need you nookid I control the universe Aaaaaaah! Just get me safely out of here. You can rule with this once again. You underestimated the character of the Fighters of Zoran. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. Dude, where are you going? Princess Kinney! At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the stick of truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited, and plotted, all this time, to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the stick of truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Oh no, oh no! Princess Kinney, come back here! Wow! Just one thing, honestly. Hm? You have new opponents? Okay, what am I now? Irgendein Zauberer from Spockwurst? Yeah, I'm in my Dildo again. Thank you. Ganz nice, but I want my Krone. I have earned it. so klar vielleicht mit jeder runde den glauben an die menschen warum nicht und meine retterstücken bitte das gefällt mir schon viel mehr so meine lieben es war auf jeden fall alles sehr verstörend aber wir sind tatsächlich immer noch nicht am finale angelangt naja dann machen wir jetzt mal wieder schluss heute keine frage ich komme wieder euer canon bis denne